So Leute, herzlich willkommen zum Hacking Wednesday. Weiter geht's mit Pokémon Flora Sky im letzten Part. Haben wir viel gemacht. Viele Trainerkämpfe waren das gewesen. Und wir können die Arena nicht betreten, weil der hier unbedingt seinen scheiß Pokédex haben will. Okay, ich wollte eigentlich einen Arenaleiter machen. So, auf jeden Fall Knackleon habe ich jetzt auf 25 trainiert. Es kann jetzt Finte und Centop. Das ist diese Sandantacke. Felskrab. Ne, Felskrab. Oder Sandkrab. Auf jeden Fall, die 2-5 Schaden macht. 2-5 Mal attackiert. Ah, schön. Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Ja, gut zu wissen. Hätte ich hier oben auch trainieren können. Ich dachte, sind die Teile. Ja, Mann. Ja, komm. Gut, dann setzen wir jetzt Centop ein. Und killt einfach. Ja, nice. Ja, ist schon in Ordnung. Dann besiege ich dich halt noch einmal. Warum? Ah, verdammt. Aaaaaah! Scheiße. Mist. Na, geil. Ach, komm. Kann nicht sein, dass es zweimal daneben geht. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier einen Pokédex von Heiko. Oh, das ist ja endlich. Ja, bitte. Nein, ich empfinde. Cool. Klar! Kämpfen wir. Warum nicht? Mist. Ach klar, natürlich kannst du auch noch Doppelteam. Jo. Attack Miss. Aber wir finden, der trifft ja immer. Nice. Again in Sharpo City, my hometown. Wo ist denn Sharpo Town? Poker League. Harpo Stone, Siron City, Marius. Ah, okay. Sharpo Island da. Ach klar. Aber vorher müssen wir jetzt erstmal mal wieder... Island. Und dann geht's los zur Arena. Okay. Also, sie haben einfach die, ähm... Arena von Malvenfrust City reingepackt. Und jetzt, im Grunde, hab ich da kein Problem mit. Jo. Äh, ist im Grunde egal. Ich mein, wir haben Kilia, dann setzen wir Psychik ein. Passt das sowieso. Nice. Na, schade. Hat Fritzelblitz nicht besiegt. Klar. Ach. Sandgrab ist das. Probleme. Ja, geil. Ja, natürlich. Sauber. Nur, weil ich keinen Bock hatte, Dings abzubekommen. Ach, kommt immer noch eins. Volto. Ball. Das ist jetzt keine Schreie, ey. Schön. Und damit haben wir die besiegt. Das ist nicht gut. Genau deswegen. Ich verstehe noch nicht, warum er Aquak noch reingesetzt hat. Äh. Nicht eingesetzt hat. Ich mein, er hätte easy gewonnen. Kein Doppelteam. Und dann sagte ich, was da drauf. Kein Doppelteam. Nein, ich weiß ja, ich weiß ja, ich weiß nicht, wie es ist, da drauf steht. Kein Doppelteam. Klar, auf meinen Knack... Dings... Ja, geil. Sind aber immer schneller als wir. Wie auch immer das möglich ist. Naja, gut, folgt bald schon, aber Elikid nie im Leben Elikid. Äh, such dir aus. Alles klar. Ja, und noch ein Critical. Sauber. So geht Bank heute anscheinend. Hauptsache Critical. Ja, klar, hast du noch ein Luxio. Nö, komm, hier kriegst du nicht. Ist in Ordnung. Ich hab ein Wasser-Pokémon daneben, aber... Klar. Haut einfach, äh, auf meinen Stahl-Pokémon drauf. Das macht total Sinn. Nur, dass dieses Elikid schneller ist, macht noch mehr Sinn. Was ist der Hölle, ey? Geil. Das ist so ein blödes Pikachu. Du, ich geh sowieso nicht zum Arena-Leiter, wenn mein Team schon fast down ist. Also, ich mein, die wichtigen Pokémon sind ja noch da, so, ne? Aber... Ich hab keine Ahnung, ob der die gleichen Pokémon hat wie... Äh, in Smaragd. Weil dann haben wir sowieso keinen Spaß. Ey, insofern, kein Spaß, weil, ähm... Ich mein, Volt... Volt-Tenso hat er doch auch, glaub ich, ne? Also geh ich jetzt von raus. Okay, das ist schon mal der gleiche Arena-Leiter. Ja, klar. Vier Pokémon. Mach, wie du willst. Ich krieg nur leider zwei Low-Kicks ab. Das war nicht so cool. Egal, da bin 27. Ein Landtur. Ein Landturn. Leute, bei dir läuft ja mal richtig, ey. Kommt ihr mit den Landturn an? Junge. Ja, natürlich. Achso. Sorry. Aber warte mal, was? Achso, ja, cool. Ähm. Ne, äh... Ich hab mich jetzt grad nur so gewundert, ne? Weil, ähm... Ja, natürlich hast du das auch noch. Ähm... Ja, komm. Ist ja schön, dass ihr das auch hat. Ne? Aber er zieht... Ja, aus irgendeinem Grund auch immer. Ja, aber ich dachte mir so... Also ich hab mich jetzt grad aufgeregt gehabt, weil er hat mich verrelisiert und sofort... Äh... Verdammt. Verdammt, hab ich vergessen. Das ist ne Assi-Taktik. Das ist ne Assi-Taktik. Du bist paralysiert. Und verwirrt. Und er greift an. Das ist echt scheiße. Zwei Pokémon, das... Erledigt. Und das ist so easy. Das gibt's doch gar nicht, ey. Ja, natürlich. Ja, sauber. Ja. Konfusioniert auch noch. Sauber. Jungs, warum ist jede verfickte Antacke, die ich einsetze, nicht effektiv? Wenn ich Bubble Beam einsetzen würde, macht's schon ja auch schon wieder absorbieren. Weil YOLO. Hammer, ey. Boah, rege ich mich jetzt auf, ey. Das ist kacke. Ey, dieses Landton ist behindert. Ja, sauber. Jetzt hat er noch ein Magneton. Was hast du eigentlich nicht in deinem Team? Ach, und jetzt am Schluss kommt noch Voltenso. Ne, wobei, das war jetzt sein letztes, äh, Dings Pokémon, ne? Hätte eigentlich jetzt mehr ziehen müssen, weil... Ja gut, er ist 29. Hätte eigentlich mehr ziehen müssen. Also prinzipiell doppelt Damage. Weil der ist ja ein Elektrostahl. Hätte eigentlich viel, viel mehr ziehen müssen. Eigentlich. Natürlich kannst du noch Sonic Boom einsetzen. Ja klar, er ist schneller. Ja, ich weiß. Aber trotzdem. Ein Molga. Och, Junge. Ernsthaft, ey. Blizzle, weil... Ich grad gucken möchte, ob ich, ähm... Irgendwas für Dings habe. Ja, da. Parallelsheiler. Weil für Molga brauchen wir ein vollaufgeladenes... Ja, nicht vollaufgeladenes, aber... Ein Pliprin, was angreifen kann. Scheiße, einfach drauf. Geil. Donnerblitz. Sauber. So, und was können wir denn hier so schönes? Ey, scheißegal, das Pokémon. Wo ist denn einfach? Geil. Äußerst cool. Das macht Spaß. Hammer, ey. So viel Pech in einem Kampf, ey. Geiler Scheiß, ey. Will ich mehr von haben. So, wir kaufen uns jetzt erstmal sowas von... Heilung, ey. Aber warte, hast du Parallelse-Schutz auch noch? Sauber. Hast du auch noch? Nein, warte, so viel bräuchte ich gar nicht. Fünf Stück reichen. So. Jetzt machen wir mal Taktikänderung. Ganz ehrlich, dieses Lanturn war für'n Arsch. Junge, das hat so eine starke Verteidigung gehabt. Junge, wir setzen so ein Psychi drauf. Es zieht einfach nix. Nix zieht das einfach, ey. Naja, geil. So, wir versuchen jetzt mit, äh, Killia, sein Elekid zu killen. Damit wir genügend Power haben, ähm... Ja, es ist genug Power. Auf jeden Fall, äh... Es ist schön, dass du Low-Klink die ganze Zeit einsetzt. So, jetzt ist die Frage. Kämpfst du mit Magneton? Weil das wäre ganz logisch. Ja. Dann machen wir gleich schon Knacklion. Weil das halt gerade auch ganz okay funktioniert. Natürlich, Cypress Sonic. Ja, natürlich. Warte, was? Wie viel hat das gezogen? 22? Dein Ernst? Nice. Also, wenn du Antakten auf Dichter machst, zieht das in ihm Leben irgendwas mit 20? Aber gegen dich natürlich. Ey, YOLO. Scheiß drauf. Hauptsache, das zieht. Ja, was ist das für eine Assi-Taktik hier von ihm wieder? Super Sonic. Nice. Finde ich super. Ganz ehrlich. Finde ich ganz klasse. Ne, finde ich ganz geil. Finde ich echt super. So, ich kill deine Genauigkeit. Einfach, dass du mich überhaupt nicht mehr triffst. Und dann chillen wir ihn ein bisschen. So. Ganz ehrlich. Ah, natürlich. Shockwave. Scheißegal. Das Pokémon kann auch noch treffen, wenn es überhaupt nicht mehr treffen kann. Nice. Was mache ich da jetzt? Ist scheißegal. Shockwave. Junge, hat der irgendwie die Antwort auf alles? Jetzt mal ganz ohne Witz. Das ist so nochmal geil. Ne? Und dann zieht das auch noch so viel. Ey, ganz ehrlich. Ich habe keine Lust, jetzt nochmal Training-Part zu machen daraus. Hey, Molga. Schneller ist Plipprin. Was kann ich darauf antworten? Nein, ich gar nichts. Also, wir können jetzt mit Luxio was versuchen. Weil er eigentlich ein Elektro-Flug ist, glaube ich. Natürlich setzt er auch noch Doppelteam ein. Natürlich. Warte, was? Ach, komm schon. Dein Ernst? Ach, meine Fresse, drehe ich hier durch, ey. Jetzt habe ich ein Pokémon, was richtig schön gegen deinen scheißen Wollgang geht. Aber nein, du wechselst auch noch, ey. Ja, aber die KI ist ja richtig cool hier. Hammer, ey. Oh, ist das behindert, ey. Äh. Ja, ich glaube, den Kampf haben wir verloren. Ich muss dann wahrscheinlich wirklich Offscreen trainieren, dass ich den Pair One erledige anscheinend. Ja, cool, hier Critical, ey. Nice. Ganz ehrlich, so gewinnst du den Kämpfer richtig, ey. Ist im Grunde egal. Ich kann einsetzen, was ich möchte. Es zieht einfach nicht genug. Okay, Leute. Ich mache jetzt erstmal einen kurzen Cut. Trainiere die Pokémon. Keine Ahnung, wie stark. Äh. Wahrscheinlich. Auf 40 oder so. Weil ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ganz ehrlich. So. Kacke gibt es doch gar nicht, ey. Ganz ehrlich, das ist mit so ein viel Glück, was er da hat, ey. Ganz ehrlich. Und nochmal. Hammer. Criticals. Verwirrung. Und überdurchschnittliche Eigendamage. Ja. Und dann noch diese Schnelligkeit. Naja, Leute. Ich mache dann erstmal einen Cut. Wir sehen uns gleich. So, da bin ich jetzt wieder. Wir haben jetzt trainiert. Äh. Das war jetzt ein bisschen zu viel. Ja. Unser Kyulia hat sich zu Gardevoir weiterentwickelt. Und ist jetzt Level 34. Hat aber keine neuen Attacken gelernt. Dann haben wir unser Stolrak. Also Stolunia hat sich weiterentwickelt. Und hat Eisenschweif gelernt. Ganz cooler Attack auf jeden Fall. So. Unser Luxio hat sich auch zu Lux3 entwickelt. Level 36. Knackleon ist weiterhin Knackleon. Level 31. Hat nichts Neues gelernt. Und unser Plipprin ist jetzt in Empolion. Hat nichts Neues gelernt. Ja. Und Elisib ist weiterhin ein Gengar. So. Revanx-Kollega. Boah, hat mich das abgefuckt. Ganz ehrlich, da war ich sehr, sehr sauer. Ich hoffe, wir gehen wie ein Klatschchen jetzt weg. Ich hoffe es. Sauber. So muss das sein. So. Dann zu Knackleon. Knackleon wird wahrscheinlich Probleme haben gegen Magneton. Ja, wir haben einfach keine Erdantage. Das ist das Bild. What the... Geil. Critical. Geil. Landhorn. Äh. Machen wir Lux3. Weil Lux3 kein Knirscher. Das habe ich vergessen, was zu sagen. Kein Knirscher. Jetzt. Das könnte uns vielleicht helfen. Ja, auf jeden Fall. Die Verteidigung geht runter. Kein Problem. Ist das auch weg? Ja, das ist natürlich eine Assi-Taktik. Wieder mal. Klar, setz deine Super Potion ein. Wir haben ja zwei Pokémon von dir schon geklatscht. Nochmal Special Depp weg. Das heißt, gleich wird Gardevoir, falls Lux3 es nicht schafft, Spaß haben. Ach, schade. Ach, komm. Als ob du genau drauf gewartet hast, dass die Verwirrung weggeht. Ganz ehrlich, das ist gemein. Super, und wenn wir angreifen können, dann Paralyse. Ja, sowas ist richtig, richtig gemein. Ja, das hat nichts mehr mit Taktik oder sonst irgendwas zu tun. Das ist einfach nur unfair. Und weißt du was? Was du kannst, können wir auch. Ich setze jetzt, äh... Hier Super Potion ein. Da ist es. Einfach nur, damit dich dieses Pokémon wegklatscht. Ja. Wenn es mal angreifen kann. So. Mehr wollte ich nicht. So, Emolga. Äh... Gardevoir. Keine Ahnung. Okay, ich hätte auch, äh... Epolio nehmen können. Egal. Psychokinese. Und... Fast dauert. Schade. Nicht komplett. Noch mal Psychokinese und gewonnen, du Scheiß-Arena-Leiter. Boah, hat er mich aufgeregt. Meine Fresse, ey. Ja, war eindeutig. Der Land ist trotzdem scheiße. Aber war eindeutig. TM34, wahrscheinlich Schockbälle. Ja, Schockbälle. Oh, Junge, Junge, Junge. So, unser dritter Horten. Oh mein Gott. Endlich. Geschafft. Oh, ist das ein Scheißkampf gewesen. Das war ein Scheißkampf. Ja, das war echt ein behinderter Kampf. Hat überhaupt keinen Spaß gemacht, wirklich. Also jetzt schon, weil wir haben zweimal Glück gehabt, so, ne? Aber, ganz ehrlich, das macht keinen Spaß, so. Okay. Ich wollte eigentlich nicht rein. Gut, dann machen wir Turbo. Turbo-Träter. Ich glaube, hier vorne können wir erstmal nicht hin. Ist ja sowieso, ähm, hier... Ja, ist das Pokémon-Liga, ist da sowieso. Ähm, jetzt sind wir hier oben. Egal. Ja, wir sind jetzt wahrscheinlich ein bisschen stärker als... Über die haben wir schon besichtigt. Okay, gut. Na, best. Da hast du ja nur so eine kleine Glasfläche und genau da erscheinen Pokémon. Geil. Ach, komm! Ach, was ich vergessen zu zeigen habe. Während ich trainiert habe, habe ich ein Shiny-Poké angefangen. Nice, ne? Ein Retter. Das zeige ich euch gleich, sobald wir... Ähm... In einem Pokémon-Center sind. So, wir haben die Möglichkeit nach Habustown oder nach... Ja, City, glaube ich, da, so, ne? Ja. Ich würde sagen, wir gehen hier mal nach Habustown. Also, werden wir nach unten gehen. Wobei ich nach wie vor nicht weiß, wo wir jetzt genau hin müssen. Äh, wir gehen... Ja. Guck ein bisschen. Ja, wir schauen halt ein bisschen nach. Achso, stimmt. Hier ist ja kein... Äh... Genau. Stärke brauchen wir, ne? Okay, dann können wir hier erstmal nichts machen. Aber ich kann euch gerade das Shiny-Pokémon zeigen. Gut, dann gehen wir nach oben, würde ich sagen. Ne? Gucken wir, was wir da machen müssen. Und da ist es! Ein Shiny-Rettern. Goldig. Ha! Wortspiel. Äh... Boah, der war schlecht, ey. Ähm... Ja, vm-technisch haben wir ja sowieso relativ wenig. Ja, das haben wir aber leider noch nicht. Sonst würde ich gerne rüber schwimmen, glaub mal. Ja, auf jeden Fall. So, allzu lang machen wir natürlich jetzt nicht mehr. Wir haben ja schon bei dem ersten Part 18 Minuten gebraucht. 18 Minuten für zwei Arena-Versuchte Arena-Kämpfe, ey. Hammer. Geil, ne? Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gebraucht haben. Wahrscheinlich... Vier, fünf Minuten. Vier, fünf Minuten. Warte, hier waren wir ja schon, ne? Ja, genau, das kommen wir ja da oben hin. Da waren wir ja schon, da brauchen wir nicht hin. Will ich auch gar nicht hin. Naja, so ein Scheiß-Rätsel war das, ey. Genau, hier war ja nichts mehr. Ja, wir gucken einfach mal, was wir finden, so, ne? Ich meine, hier haben wir ja alle besiegt schon. Da haben wir das Knackleon her. Ach man, ja gut, dann klatsch ich dich mit Konfusion weg. Ja, das Trainieren war nervig. Auf jeden Fall. Ja, aber habe ich natürlich auf höherer Geschwindigkeit gemacht. Äh, ich glaube, 800-fache Geschwindigkeit... Also, 8-fache Geschwindigkeit war das. 800 sag ich schon. Ne, 8-fache Geschwindigkeit hat natürlich trotzdem... Ja, ich glaube, eine halbe Stunde war ich jetzt dran gewesen. Ähm. Ja. Ja, ist in Ordnung, so, ne? Ach. Ein bisschen zu viele Kämpfe jetzt. Ach man, haben die alle diese Scheiß-Fähigkeit? So, hier ist ein Pokémon-Center. Hier haben wir ja schon ein bisschen... Wir hatten ja hier auch trainiert gehabt. Okay, jetzt ist der Radweg... Ja, ich will einfach nur gucken. Ich meine, wir können auch außen rum. Geht natürlich auch schneller. So. Ah, ja, das war die Hülle hier. Aber auch dafür brauchen wir Stärke. Ach, Jungs. Ach, Jungs. Er steuert sich hier scheiße. Ja, ich hatte schon wieder vergessen, dass wir, äh, Zertrümmerer brauchen. Äh, ja, ich habe jetzt knacklich und weg. Ich weiß gar nicht, ob wir dann überhaupt richtig sind, ne? Das ist auch nur die anderen Städte zu erkunden, irgendwie. So, jetzt sind wir hier in Platterpick City. Ob wir hier rechts irgendwas noch machen können. Äh, ja gut Leute. Ich würde sagen, wir wandern hier ein bisschen, machen diese vier Trainer da, denke ich mal. Und werden dann hier wahrscheinlich noch Sirenstown gehen und so weiter. Äh, ja. Das ist momentan unser Ziel. Ich bin mal gespannt, ob das so ungefähr klappt. Weil hier in Taste City können wir erstmal nichts machen, solange wir keine Stärke haben. Da sind wir leider aufgeschmissen. Naja. Gut, aber es gibt noch genug Sekunden. Dann tut es mir jetzt gerade leid für das Part bähnen. Aber irgendwann muss man ja den Part bähnen. Naja Leute, das war es von mir. Wir sehen uns dann nächste Woche Mittwoch wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen.